Vom ersten Kontor bis zum ersten Investor. Ich denke, heute findet die grundständige Einsteiger-Let's-Play-Serie hier ihr Ende mit Folge 15. Auf geht's! Ja und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zurück hier zu Folge 15. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch 15 Folgen werden, aber wir haben uns ja auch ein bisschen Zeit gelassen, alles sehr, sehr detailliert zu besprechen, was interessant ist. Und wir sehen jetzt schon hier im Moment scheinen irgendwie Pelzmäntel ein Problem zu sein. Die müssen wir natürlich haben, gleich die Pelzmäntel, wenn wir hier aufsteigen wollen zum ersten Investor. Wir haben einfach zu wenig Fabriken, die die herstellen mittlerweile. Wir kopieren also mal diese Fabrik, setzen die noch hier neben, haben eine zweite, dann sollten wir das gleich wieder im Griff haben. Jetzt haben wir ein wenig, wenig Handwerkerkraft. Ein wenig, wenig, auch schön. Ja, also wir bauen mal hier nochmal so eine ganze Schiene aus zu Arbeitern. Dann holen wir uns hier, nee, wo holen wir uns denn ein paar Handwerker ran? Hier vielleicht der Block, der wäre doch schön mit Handwerkern. Guck mal. So, können wir noch ein paar Handwerker uns ranholen. Klar, es sind auch ein paar Handwerker im Moment mit diesem Streik hier befasst hier. Die sind sehr unzufrieden, unsere Leute. Das wird sich ja auch gleich wieder geben. Und wir müssen gucken, es fehlt nur noch eine einzige Ware oder ein einziges Bedürfnis müssen wir noch befriedigen, um dann letztendlich zu den Handwerkern aufzusteigen. Nein, Quatsch, zu den Investoren aufzusteigen. Und das sind hier die Glühbirnen. Und das schauen wir uns jetzt direkt mal an. Und zwar, die Glühbirnenproduktion funktioniert wie folgt. Wir müssen wieder Glas herstellen. Da gucken wir mal, ob wir da nicht eh noch einen Überschuss haben. Moment. Sechs werden hergestellt, fünf brauchen wir. Wie viel Glas brauchen wir hier? Jede Minute eins. Und wir haben jede Minute eins übrig. Das passt also. Also müssen wir uns zum Glas gar nicht kümmern. Ansonsten würden wir halt nochmal so eine Quarzgrube bauen und eine Glashütte bauen. Dann hätten wir das auch erledigt. Das andere wird interessant. Kohle wird gefordert, um daraus in einer Glühfadenfabrik Glühfäden herzustellen, die dann in diese Glasbirne sozusagen reinkommen. Das heißt, wir bauen doch schon mal irgendwo die Glühfadenfabrik hin. Ne, Quatsch. Die Fabrik für die... Wo machen wir das denn? Warte mal. Hatten wir nicht irgendwo schon Strom auch in der Industrie? Ne, Strom haben wir bislang nur hier reingefahren. Okay, ist egal. Wir bauen es hier hin. Also pass auf. So sieht sie aus. Diese Glühfadenfabrik. Glühbirnenfabrik. Mein Gott. Völlig lost gerade. Glühbirnenfabrik. Und jetzt kommt die Glühfadenfabrik noch so daneben. Die sieht dann so aus. Hier werden die so gezogen, diese Glühfäden. Finde ich mega cool. Wie viel Kohle haben wir denn derzeit? Wir haben... 146 Kohle. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Und einmal gerade gucken, wenn wir hier alle Inseln mit reinnehmen, wie viel Kohle produziert. Wir produzieren 14, brauchen nur 11. Also das ist... Das ist ein easy Snack. Und ich glaube, haben wir alle Kohlenminen schon besetzt? Ne, guck mal. Wir könnten hier sogar noch eine Kohlenmine besetzen. Noch eine ausbauen. Machen wir jetzt erstmal nicht. Sollte auch so reichen. Ja, und dann geht es jetzt hier schon los. Da werden jetzt gleich Glühfäden produziert. Der fährt schon los und holt sich die Kohle ran aus dem Lagerhaus, nehme ich mal an. Apropos Lagerhaus. Da könnte man nochmal eins bauen. Das würde nicht schaden. Hier nochmal so ein Lagerhaus. So. Ja. Dann haben die etwas kürzere Wege, die Kollegen. Und dann kann es jetzt losgehen hier. Pass auf. Die Straße sähe ja auch ein bisschen schöner aus und schneller, wenn wir das alles ausgebaut hätten. So. Glühfädenfabrik. Glühfadenfabrik. Attacke. 8%. Das läuft. Und wir sind dran. Am letzten Gut, was wir brauchen, um schlussendlich zu den Investoren aufzusteigen. Das sind schon eine ganze Menge Sachen jetzt. Schaut mal. Fleischkonserven, Nähmaschinen, Pelzmäntel, Universität, Brillen, Kaffee, Elektrizität und Glühbirnen. Also acht Dinge, die wir jetzt hier schon bereitstellen müssen. Bei den Luxusbedürfnissen hinken wir natürlich arg hinterher. Wir haben also weder Hochräder bisher hergestellt. Da könnte man die Bilanz, die ja mit plus 9000 jetzt nicht weltberühmt ist, aber auch nicht mega kacke ist. Feuer außer Kontrolle. War es? Dreck neben der Feuerwehrwache. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber das würde natürlich nochmal richtig Geld bringen, wenn wir diese drei Sachen herstellen würden. Also wer da Bilanzprobleme hat, immer an diese Luxusbedürfnisse auch dementsprechend denken. Ist die eine Polizeiwache jetzt vielleicht ein bisschen wenig? Ich weiß gar nicht. Wir haben eine nur bislang. Vielleicht bauen wir hier mal irgendwo noch eine zweite hin. Guck mal, da kommt mal noch eine Polizeiwache hin, damit das alles hier so ein bisschen schneller sich mal wieder beruhigt. Wir machen in der Zeit kurz eine Einwohneraufgabe, Fotografieaufgabe. Da bin ich ja Weltmeister drin. Fotografieren, ja. Fotografieren sie die Kämpfer. Wo wird denn gekämpft hier? Na, da wird sich gehauen, oder? Ja, da wird sich gehauen. Komm, dann machen wir mal ein Foto von. So schick durch den Baum durch, dass man ja nichts sieht. Hier so, guck mal, warte. Da, tolles Foto vom Kampf, oder? Wenn man das so in der Zeitung lesen würde, da schlägt das Herz höher. Für Anno reicht es. Was haben wir bekommen? Irgendeine komische Kiste. Ist uns egal. Ja, letzte Folge hatten wir ja so einen kleinen Einschub. Wir wären, glaube ich, auch schon in 14 Folgen fertig geworden. Wir hatten aber einen kleinen Einschub gemacht, um eben euch das Item-Game, also die Items in Anno 1800, noch ein bisschen näher zu bringen. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ist definitiv eine wichtige Geschichte. So, Knappheit 30. Das ist doch alles okay. Dann veröffentliche ich die Zeitung doch. Wunderbar. So, okay. Und jetzt werden auch hier schon die ersten Glühbirnen produziert. Ja, da läuft auch die Produktion schon an. Glas haben wir, wie gesagt, wahrscheinlich noch in Massen hier rumliegen. 165 Stück, gar kein Problem. Und gleich haben wir den ersten Investor erreicht. Das finde ich so eine krasse Statistik. Ich habe irgendwo mal gelesen, ich glaube, es war bei Ubisoft selbst. Die können das ja so ein Stück weit auslesen dann aus Ubisoft Connect, dass irgendwie mindestens 25 oder sogar 40 Prozent, ich weiß es nicht mehr, irgendwie so eine Zahl, relativ groß, mindestens ein Viertel der Leute, die Anno 1800 spielen, haben noch nie die Stufe der Investoren erreicht. Was wir jetzt quasi ja hier in Spielzeit, ja, quasi siebeneinhalb Stunden gleich dann haben. Und da haben wir uns noch Zeit gelassen. Also das schaffst auch schneller als in siebeneinhalb Stunden, sind wir mal ganz ehrlich. Aber das fand ich schon ganz schön krass, muss ich sagen. Weil das ist ja eigentlich ja kein Hexenwerk, wenn man mal ehrlich ist, wie wir jetzt gesehen haben. Also ihr, die ihr jetzt diese Serie hier gesehen habt, ihr habt da jetzt auf jeden Fall keine Probleme mehr mit, würde ich sagen. So, wir steigen hier noch ein bisschen auf. Baumaterial. Es ist alles wunderbar. Wir können doch mal in die neue Welt gucken, wie es hier aussieht. Ja, sieht auch gut aus hier alles. Da, die haben auch Kaffee. Die trinken uns sogar ein bisschen den Kaffee weg. Das könnte man theoretisch mal abschalten. Eigentlich brauchen die hier in der neuen Welt keinen Kaffee. Also, wie gesagt, um zum Investor zu kommen, sollte das jetzt alles hier dementsprechend reichen. Gucken wir mal. Oh, was denn hier? Hier bräuchten wir auch eine Polizei. Was sind die denn alle so unzufrieden hier? Ich gebe mir doch so viel Mühe. Ist das falsch, sich nach Meer zu sehnen? Ja, rum wäre halt so ein Thema. Können wir rum anbauen auf unserer Insel in der neuen Welt? Ich glaube hier nicht, aber wir hatten extra eine zweite Insel eingenommen, um rum anzubauen. Die hier. Hier könnte man jetzt dann definitiv mal starten. Auch hier oben zum Beispiel. Da. Hier so oder wo? Eine Rumproduktion. Pass auf. Also, rum produziert dann so. Wir brauchen Zuckerrohrplantage. Bauen wir mal zwei Stück. So. Zweimal Zuckerrohrplantage. Und dann brauchen wir hier Felder für die Zuckerrohrplantage natürlich wieder. Zapp, zapp, zapp. Hier dann noch mehr Felder für die andere Zuckerrohrplantage. So. Ja, kommt's egal. So. Dann, das produziert jetzt alle 30 Sekunden Zuckerrohr. Dann bräuchten wir hier jetzt eine Rumbrennerei, wobei die können wir ehrlicherweise auch auf die andere Insel setzen. Gibt's hier nicht schon eine Handelsroute? Guck mal, nur neue Welt intern. Das ist doch diese hier, ne? Da könnten wir doch jetzt auch mal sagen, dass er quasi sich hier den Rum, also das Zuckerrohr, mitnehmen soll. Wo ist denn hier Zucker? Bin ich blind? Nochmal von neu. Warte, Zucker, da ist Zuckerrohr. Das soll er auch einladen. Zack. Und mitnehmen. Und dann bauen wir nämlich die anderen Sachen, also die Weiterproduktionen. Hier haben wir nämlich auch genug Baumstämme auf der Insel, hoffe ich. Ja, 75 Stück, das reicht. Dann bauen wir hier irgendwo jetzt, wo Platz ist. Oh, da ist kein Platz. Bauen wir dann definitiv mal so eine Zuckerrohrproduktion hier auf. Also eine Zuckerrohr weiterverarbeitende Produktion, so muss man's ja nennen. Zack. Ah, wo würde die denn gut hinpassen? Bin mir noch nicht so sicher. Ah, guck mal. Ah, doch, oder? Komm, so ist gut. Ja. So, das heißt, wir haben hier 30 Sekunden. Auch 30 Sekunden. Können wir sogar zwei von bauen. Guck mal. Wunderbar. Zack. So. Ja, und dann hatten wir hier, glaube ich, zwei Sägewerke gebaut für Baumaterial. Da machen wir jetzt mal eins von weg, damit wir mehr Baumstämme übrig behalten. Dann werden wir jetzt produzieren ja zwei Holzfällerhütten für uns Baumstämme. Und nur ein Sägewerk bleibt übrig, was weiterverarbeitet. Dementsprechend produzieren wir jetzt einen Überschuss an Baumstämmen. Und dann wird hier jetzt Zuckerrohr hergestellt. Und dann brauchen wir jetzt noch von der neuen Welt in die alte Welt. Baumwolle und Kaffee wird hier transportiert. Da brauchen wir jetzt eine neue Handelsroute, ehrlicherweise, damit wir eben unseren Rum rüberkriegen auf die andere Welt. Gehen wir nochmal rüber hier gucken. Haben wir denn noch ein Schiffchen übrig? Sonst bauen wir schnell mal noch eins. Ja, so ein großes hier. Da steht aber auch noch eins. Fortuna wäre das. Okay, Fortuna richten wir jetzt eine neue Route ein. Die soll starten bei Makapaos. Ne, warte mal. Wir müssen erstmal Handelsroute auswählen. Dann wählen wir die Fortuna aus. Gehen hier in die neue Welt. Und jetzt aber Makapaos. Ja, und dann ab in die alte Welt. Hier zu unserer Hauptinsel Eudkob. Und dann wird in Makapaos definitiv hier rum eingeladen. Ja. So, den wollen wir mitnehmen. Ja, und dann können wir das schon nennen Rumroute. Ja, und das können wir dann zuordnen in der Gruppe neue Welt in die alte Welt und Abfahrt. So, und dann kriegen wir früher oder später auch rum, was die Leute hier begeistern wird. Was wir jetzt machen sollten, wäre in der neuen Welt hier denen auf jeden Fall den Konsum von Rum mal verbieten. Denn sonst ist der ja gleich schon weg. Und der bringt hier nicht. Guck mal, der bringt hier, wenn wir hier denen rumgeben, kriegen wir acht Münzen mehr pro Gebäude. Wenn ich in der alten Welt hier denen zum Beispiel rumgebe, dann kriegen wir 64 Münzen pro Minute. Und das ist natürlich ein ganz, das ist der achtfache Faktor. Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier auch noch, warte mal, kommt die Feuerwehrwache da hin? Ja, kommt da hin. Kein Problem. Irgendwie ist hier gerade ein bisschen schlechte Stimmung so. Ich weiß gar nicht warum, weil wir können jetzt gleich aufsteigen. Schau mal, wir könnten jetzt sogar schon aufsteigen. Ja. Zum Investor. Also ich würde sagen, dauert nicht mehr lange. Wir warten noch kurz ab und versuchen hier so ein bisschen den Aufstand hier in den Griff zu bekommen. Hier hinten braucht ein Lagerhaus vielleicht mal ein Upgrade. Vielleicht auch nicht, jetzt ist es schon wieder erledigt. Ein letzter Blick für diese Folgen auf die Statistik. Übrigens habt ihr euch ja mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass wir nicht jetzt diese Serie beenden. Wir beenden vielleicht die grundständige Serie für Anno 1800, was das Grundspiel angeht. Aber ich werde definitiv mit diesem Spielstand jetzt weitermachen und auch nach und nach versuchen, das ein oder andere DLC da jetzt noch einzubinden, sodass ihr das weiterverfolgen könnt. Das wolltet ihr sehr gerne sehen. Ich denke, dass wir dann zum Beispiel mit so einem DLC wie Reiche Ernte, ja, das war aus Season Pass 2, glaube ich, das zweite DLC? Ich glaube ja. Ja, damit würden wir anfangen. Da kann ich euch ein paar Sachen hier auf jeden Fall zeigen. Und das würden wir natürlich jetzt dann auch vorthin noch weitermachen. So, wir gucken mal. Warte mal, erklär, Bear Island ist ja Quatsch. Eutko müssen wir gucken. So, das sieht auch alles wunderbar aus. 16 von 16. Jo, viel zu viel Schnaps produzieren wir. Wir haben die Schweine. Die Wurst ist okay. Das Brot ist okay. Die Seife ist in Ordnung. Wir haben genug Eisen. Wir haben genug Kohle. Das ist ja wie im Bilderbuch. Das haben wir gut gemacht, Leute. Wir haben hier einen richtig guten, soliden, funktionierenden Spielstand aufgezogen. Wir haben genug davon. Wir haben zu wenig Nähmaschinen. Das ist ein Problem. Da müssen wir gleich mal gucken, was wir da machen müssen. Zu wenig Nähmaschinen. Zu wenig Nähmaschinen. Ja, das ist aber auch das Einzige. Würde ich sagen. Ja, also einmal bei den Nähmaschinen geguckt. Die sind hier irgendwo hier hinten. Da. Mit 100% knallen die hier durch. Jetzt ist die Frage, wie viel Stahl haben wir übrig? Warte, muss ich nochmal schnell gucken. 10 von 10. Okay, wir brauchen also ein Stahlwerk mehr. Das würde aber hier die Produktivität einschränken. Das wollen wir natürlich nicht. Warte mal, was macht er? Minen und Steinbekanonengießer. Okay, nicht die Stahlwerke auf jeden Fall. So, wir brauchen also ein neues Stahlwerk. Da bauen wir hier mal noch eins hin. Und dann brauchen wir definitiv eine zweite Nähmaschinenfabrik. So, wunderbar. Schon haben wir das Ganze am Start hier. Hallo, hallo. Ich will eine Straße bauen. So. Ja. Also, zweite Nähmaschinenproduktion. Wie sieht es aus mit den Baumstämmen? Sollte auch hinkommen. Okay, damit uns die Nähmaschinen hier nicht gleich alle gehen, sozusagen. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir so langsam hier hin und bringen es mal hinter uns, sozusagen. Wir haben also hier unsere Ingenieursgebäude. Können das mal aufsteigen lassen, damit es noch ein bisschen symmetrisch ist. Unsere Ingenieursgebäude. Und können jetzt so aus einem Block Ingenieursgebäude auch Investoren machen. Denn wir haben alle Grundbedürfnisse hier erfüllt. Inzwischen eine Bilanz von 12k plus wieder. Und dementsprechend, also letzter Schritt für dieses Let's Play hier. Wir gehen hin und lassen diesen ganzen Block aufsteigen. Zack. Und man sieht, die verändern sich wieder die Häuschen. Das sieht jetzt richtig schick aus. Und Zeitalter der Großunternehmen. Wir haben unsere ersten Investoren erreicht. Und damit die letzte Bevölkerungsschicht in Anno 1800. Und damit ändert, ändert, nein, ändert sich einiges. Und es endet aber auch unser schönes Let's Play hier. Natürlich haben die jetzt auch wieder noch hier Bedürfnisse, die ihr erfüllen könnt. Nämlich Sekt. Später dann Zigarren, die ihr wieder aus der neuen Welt holen müsst. Schokolade, die ihr auch aus der neuen Welt holen müsst. Und dann wollen die irgendwann auch Dampfwagen haben, um sich schneller fortbewegen zu können. Und das gibt dann nochmal wieder richtig Knete. Weiter aufsteigen können diese Gebäude aber nicht. Das Einzige, was ihr machen könnt, wenn ihr eben ein entsprechendes DLC besitzt. Ihr könnt jetzt weiter nach oben bauen, also Wolkenkratzer. Das würde ich euch aber ja dann auf jeden Fall noch zeigen, wenn wir zum Let's Play für das entsprechende DLC dann kommen. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an dieser Serie. Diese Folge ist natürlich jetzt ein bisschen kürzer ausgefallen, weil wir eben nur noch diese Glühbirnen hier brauchten. Und das war es dann im Endeffekt schon. Rum wird früher oder später jetzt auch ankommen. Da haben wir uns noch drum gekümmert. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst auf jeden Fall doch bei der Serie mal bei den Videos einen Daumen nach oben da, da würde ich mich sehr freuen. Und bitte beachten, ich würde mich sehr, sehr freuen. Ab und zu gibt es ja bei mir auch auf Twitch TV Livestreams. In der Regel Mittwoch, Donnerstags und Freitags. Und relativ häufig gibt es Donnerstags auch Anno 1800 live. Also wenn ihr da auch mal vorbeischauen wollt. Oder auch vielleicht bei anderem Content, den wir da so spielen. Manchmal wird auch einfach nur gequasselt. Beziehungsweise wir spielen auch Simulatoren relativ häufig. Da würde ich mich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und auf Twitch einfach einen Follow hinterlasst, um den Heinz vielleicht mal, ja, so ein Stückchen weit persönlicher und den Live kennenzulernen. Nein, das machen wir nicht. So. Wir sehen uns also wieder. Vielleicht nicht direkt im Anschluss jetzt. Ich habe den Contentplan noch nicht so ganz im Kopf. Jetzt müsste ich gucken. Ich glaube, jetzt kommen erst mal ein, zwei andere Videos in den nächsten Wochen. Aber es dauert nicht lange. Maximal eine Woche. Und dann geht es also hier mit den Let's Play für Einsteigern auf jeden Fall weiter. Und dann gucken wir uns Stück für Stück jedes DLC mal an. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Danke euch, dass ihr die Serie hier von Folge 1 bis 15 durchgezogen habt mit mir. Und sag einfach mal, bis bald. Ciao. Euer Heinz. Bis zum nächsten Mal.